Herzlich Willkommen im Gasthaus Stern in Bad Überkingen. Familie Krauledat verwöhnt Sie bei einem Viertele oder frisch gezapften Bier mit traditionellen schwäbischen Köstlichkeiten. Immer frisch zubereitet, mit Leidenschaft gekocht und freundlich serviert. Das kalte Buffet für Ihr privates Fest lässt wirklich keine Wünsche offen. Gasthaus Stern Bad Überkingen, Otto Neid hat Platz 4, das Gasthaus für alle. Gasthaus Stern Bad Überkingen